Liebe Horrorfreunde, am Freitag, den 1. Mai, lassen wir die Clowns los. Also macht euch bereit und lasst euch das Grauen leeren. Ihr seid einfach der Hammer. Ohne euch hätte es uns natürlich auch nicht so viel Spaß gemacht. Jetzt noch ein kleiner Test. Jetzt hupen mal bitte alle, die ich heute erschreckt habe. Ich liebe euch! Dann bleibt mir jetzt nur noch eins zu sagen. Ich wünsche euch, liebe Horrorfans, eine botastische Nacht.